hallo freundlich grüß euch ja so ihr wundert euch der mensch bürger köln ja wieso kommt da kv log ich war nicht in köln wurde abgesagt leider kann ich auch nichts machen organisatorisch und technische probleme naja gut das was ich weiß was ich euch leider noch nicht mitteilen darf und ich da ein bisschen mitdenken was ist auch man macht es dann nur einmal mit köln okay mehr dazu ja tut mir leid leider kein blog letzte woche irgendwie zusammengekriegt wird aber auch nicht soll ich jetzt großartig wieder vom blog machen also auch jetzt ein kleines virus informiert raus ob das ist wieder quitt weiß ich nicht mal gucken da haben wir mal frisch frum fröhlich frei mir finden die worte ich finde sprach bei dem wetter das ist bürger baby ja wäre geleiter in köln gewesen da kann man auch aber es sollte nicht so sein egal die anwerker zur hose der besitzer ist der herr daus gehört das haus wo ich drin wohne der hat eine firma ja damit das total umgebaut da jetzt von wohnungen rein und 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 leute ich sag du kannst dich mal irgendwie let's play auf lebe boom vom 8 jetzt da schon los mit der hielt die mit einem hammer oder wenn da eingerissen und es war keine ruhige minute echt bevor dass ich jetzt raus kam genießt mir jetzt mal ein zwei bierchen oder hat oder nach hause weil 16 wieder feierabend aber ich musste sowieso einkaufen habe ich gesagt nämlich damit was das kann man nicht machen die umgebung ihr die kennt ihr schon es sei denn ich tue mir doch ein bisschen was einfallen mal gucken auch wenn ihr wisst jetzt bescheid und ja gritt autosport voll starten also der cup soll starten am 2.6 wird denke ich mal über twitch live gestreamt link kann ich auch noch nicht geben weil wir noch keinen link gekriegt haben also müsst ihr noch ein bisschen gedulden wir haken da hinterher ich auf jeden fall weil wir wollen ja langsam wissen was wie wann wo wo das geschrieben weil kann man vielleicht mal nebenbei mal reingucken oder was also ich würde dann sagen ihr wisst bescheid und ja ob ich ein vlog noch irgendwie heute zusammen gekriegt krieg ich das sehen wir dann also ihr wisst bescheid und danke für euer follow das ist echt super ihr seid im moment richtig super drauf schöne kommentare gefällt mir bleibt so es ist wahnsinn es ist wahnsinn wie geil ihr drauf seid das ist burnst es ist nicht nicht selbstverständlich es ist einfach geil ist einfach mal danke an euch ihr seid super klasse macht weiter so euer virus